So, bitte, mit eigenen Worten jetzt noch. Für euch, wie hat heute die Fahrt von den Joghurt sind. Juhu! So, komm! Ein paar Joghurt, ne? Ja, wer? Ja, wer? Ja, wer? Ja, wer? Ja, wer? Ja, wer? Gini! Nehmen wir weiter. Nehmen wir weiter. Nehmen wir weiter. Guck doch mal die Zwickler so an. So, also mit eigenen Worten. Wie erfolgt die Fahrt von den Joghurt? Ja, ich will die Fahrt von den Joghurt. Ach, sie gut verfolgt. Äh... Jere, du bist so wischer, Kreimer. Oh, ich... Das war's in einem Stil! Juhu! Die Fortverlegung des Lichtes zu erklären mit eigenen Worten nochmals. Okay, da schaust du am Kopf. Ja, also wenn nicht... Wenn es so ein Riff an... Wenn es so ein Riff an... Wenn es so ein Riff trifft, dann wird es so ein Riff auf den Fächer, so wie ein Riff, dann wird es so ein Riff. Ähm... Blau wird stärker als Riff. Und warum wird es stärker geworden? Womit ist das abhängig? Ähm... Wahrscheinlich viel stärker. Von der Weltauswaltbeziehungsfähigkeit dieses Handeinschriften. Ihr habt seit hier auf der Seite siebenhunderttausend gehalten. Juhu! 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 Huuuuh! Wo soll ich den Kack nehmen? Soll ich den Kack machen? Ja. So, sehr gut eignet sich alles dazu. Das ist mein Urlaub. Das ist ein sehr gut. Das heißt also, dass wenn Sie die Kacken angehen, und jedes Jahr... Kacken, 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 Kacken... Fört, Rösten! Alle ziehen Sie an dich! So, also, die wir einfahren, wir haben uns noch mal ein Stück drauf! Danke, so. Einer blickst Du, ich Dir gerüchte! Ja! Das ist ein bisschen hart. Wenn ich nicht in der Waffel hätte, würde ich wirklich gewünscht sein. Und für den haben wir immer noch einen Bock aus dem Salat. Ich mache Weihnachten. Ganz einfache Erfahrung. Wenn also das nicht in einem bestimmten Winkel wenn, wenn du noch das mal weißt, Das ist so öfter. Ich bin sicher. Ich habe auch von mir genommen. Ich bin schon mit ihm. Aber ich habe es nicht nur so richtig. Ich habe es nicht nur so richtig ist, Ich bin sehr ruhig Teil der Kanone nicht, ich denke, dass ich heute noch gerne das war. Ich bin sehr ruhig. Ich bin sehr ruhig. Ich erinnere mich. Vielen Dank.